Ja, das muss für uns in der Rückrunde sicherlich eine Tugend werden, schnellstmöglich abhaken zu können. Nach Niederlagen sowieso, aber auch nach Siegen. Wir müssen Spiel für Spiel sehen. Wir haben jetzt in Wolfsburg wieder die Chance, drei Punkte zu holen. Und klar ist man dann, wenn man am Ende 4 zu 0 gegen Dortmund verliert, ist man nicht glücklich. Die Spieler sind auch enttäuscht. Sich trotzdem natürlich auch nicht vor Selbstvertrauen. Das ist klar, nach so einer Serie und auf dem Tabellenplatz auf dem Bestehen. Und trotzdem erlebe ich die Mannschaft dann immer spätestens nach dem freien Tag schon sehr vorwärtsgewandt. Trainer gefühlt äußern sich fast täglich Ex-Spieler, Legenden, Trainer, Daumen zuletzt, Paul, die Matthäus, die alle sagen, was so schlecht beim FC läuft. Ist das Druck für Sie und macht das die Arbeit schwerer, wenn da ständig was kommt? Nein, das ist vollkommen okay. Das ist deren Job, sich da Gedanken drüber zu machen. Nicht nur bei uns, sondern über jeden Verein. Ich bin dafür da, vorher Entscheidungen zu treffen und nicht danach alles zu bewerten, was schiefgelaufen ist. Dann wäre ich in die Pathologie gegangen. Natürlich liest man das manchmal oder hört es sich an und es ist ja auch vieles Wahres dran. Es ist ja nicht so, dass sie sich irgendwas ausdenken. Aber man muss dann schon ganz gut filtern, was wird jetzt gesagt, um irgendwie zu polarisieren oder um irgendwie eine These aufzustellen. Oder wo steckt auch wirklich eine Analyse dahinter und was trifft auch einfach zu. Und wir kennen unsere Themen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz gut. Wir wissen, in welcher Situation wir sind. Wir haben das angenommen und wir arbeiten an den Themen. Und das ist das, was ich beeinflussen kann und alles andere, das nimmt man wahr. Aber das darf mich als Trainer jetzt nicht irgendwie zusätzlich motivieren oder zusätzlich unter Druck setzen.